Moin! Heute mal nur ein kurzes Infovideo. Wie ihr sicher schon gemerkt habt, kommt momentan wenig über den Bauwagen. Ganz einfacher Grund, mir fehlt die Zeit und ich warte immer noch auf die bestellten Fenster, die aber diese Woche kommen sollen. Und dann kann ich auch endlich mit dem Innenausbau anfangen. Also seid gespannt und bis denne! Macht's gut!